Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was soll denn das werden, wenn Feli ist hier? Akku aufladen. Ist ja schließlich Wochenende. Naja. Und mein Bier vereinsamt im Kühlschrank. Ey, mein Zaun! Huhu! Da sind wir schon! Na, ich bin doch wohl super gefahren, was, Lothar? Ja, Puffelchen. Wie immer. Bist ein Schatz, danke. Lothar! Willst du ein Bier? Äh, wir sind im Kühlschrank. Untertitelung des ZDF, 2020